Die Folge 12 unserer Agenda Agenda und dem Obertitel Amanda Die Beatles, die Stones und dem Herrn Satan und deswegen gehen wir jetzt ohne große Verzögerung, bevor ich es jetzt diesmal wieder vergesse, direkt dazu meinen Co-Moderator, den Bereitsteller der Plattformen und sonstigen Videopublisher zu begrüßen, dem Jörg vom Kanal Jockler Stunde der Wahrheit. Na, Michael irgendwann lernst du es nochmal, Dankeschön Ja, es ist immer wieder schön mit dir zusammen zu kommen und diese Sendungen zu machen, die ja im Grunde ausarbeiten zu einer etwas größeren Aufgabe, als du dir ursprünglich vorgenommen hast und teilweise haben die Dinge auch gar nicht mehr so viel mit dem ursprünglichen Agenda zu tun, sondern man verliert sich, also ich will gar nicht mal sagen verliert sich, aber man geht tiefer in dieses Rattenloch rein oder in dieses Hasenloch, um das jetzt mal mit Alice von Wonderland zu sagen, das ja auch damit zugehört und man kommt dann wirklich von einer Sache in die nächste und wir berichten jetzt also ja schon mehr über die satanische Musikindustrie als nur über die Gender Agenda aber das hängt eben alles unglaublich miteinander zusammen und noch er eben dabei erwähnt, ich finde es immer unglaublich wichtig, dass wir den Leuten sagen, dass wir unsere Untersuchungen basieren auf dem Fundament, das wir für alle Untersuchungen legen und das ist die Bibel, das Wort Gottes das ist der große Unterschied mit anderen Gender Agenda Filmen, wir verbreiten hier keine Dinge, die wir mal irgendwo gehört haben oder nur mal irgendwo gesehen haben sondern Michael macht sich wirklich die Mühe die Dinge ordentlich zu recherchieren und hat sich heute vorgenommen euch auch mal ein paar Tipps zu geben wie ihr selber recherchieren könnt wie ich das dann in der Zwischenzeit ins Bild setze das werden wir dann noch sehen auf jeden Fall kann ich euch garantieren dass dieses und die folgenden Videos sehr sehr lehrreich werden von daher danke Michael dass du mich dazu eingeladen hast um dir zu assistieren und dann wollen wir jetzt mal loslegen und wollen die Leute nicht länger auf die Folter spannen und ihnen erzählen worum es geht Ja, vielen Dank Jörg wie ihr euch alle vorstellen könnt ist mittlerweile die Reihenfolge dieser Gender Agenda so ein bisschen willkürlich das tut mir auch ein bisschen leid das hat aber damit zu tun dass manche Dinge mehr Recherchierungsarbeit benötigen und andere halt mir einfach so quasi so und fast ja, Zufall will ich jetzt nicht sagen aber manche Dinge mir halt leichter fallen weil ich mich da auch schon viel mehr in der Vergangenheit mit beschäftigt habe deswegen sind wir jetzt chronologisch eigentlich ein bisschen verkehrt wir hatten in der letzten Sendung eigentlich so von der Liebe zu ja, von Crossdressern und solchen Leuten gesprochen und da auch für Verständnis dann drum gebeten Oh ja, die weinen das war toll, ja Ja, genau so und diese Geschichte die jetzt kommt ist jetzt eigentlich chronologisch ein totaler Salto mortale aber es ist die erste Sendung und zwar mit damit die Ausgabe Nummer 12 wo ich jetzt einfach mal interaktiv mit dem Jörg zusammen euch zeige wie ihr an diese ganzen Sachen drankommt es nützt ja nichts wenn ich ja der Vortuner bin und alle anderen legen sich da lockerflockig auf die Gymnastikmatte hin holen sich eine Tüte Chips vielleicht noch ein Bier oder eine Cola beides nicht zu empfehlen ja und sagen das ist ja alles interessant dass ich das jetzt weiß das ist nicht Sinn dieser Lesung Sinn dieser Lesung ist euch zu wappnen dafür und euch zu schulen dafür damit ihr hingehen könnt allein verantwortlich und auch Erfolgserlebnisse habt und dann sagen könnt boah, guck mal lasse ich mich nicht mehr von beeinflussen Entschuldigung lasse ich mich nicht mehr von veräppeln kann ich jetzt selber das ist mein Anspruch das hätte ich gerne das würde ich mir wünschen und ich hoffe dass ihr das dann genauso seht deswegen haben wir jetzt die Folge 12 auch vorbereitet die Folge 12 heißt ganz simpel klassische Zorbereien warum? nun die Geschichte ist so es ist nicht so dass die Musik ja jetzt gerade erstmal bekannt ist seit es diesen sogenannten Sex, Drugs und Rock'n'Roll gäbe diese ganze Geschichte läuft ja schon ganz ganz lange man kennt ja auch klassische Filme wo dann Leute schon gewisse Instrumente gespielt haben und es basiert sich ja alles darauf dass wir in der Lesung gesagt haben glaube Lesung sechs oder sieben war das warum die Musikindustrie Satan sozusagen geweiht ist oder warum Satan halt die Musikindustrie beherrscht weil wir eben festgestellt haben auweia da gibt es einen Bibelfers der dieses bezeugt und dieser Bibelfers auf den wir uns jetzt in dieser und in der nächsten Lesung stürzen ist die Ezechiel 28,13 Ezechiel wie es in Deutsch heißt ja in Eden im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt mit Sardis Topaz Diamant Chrysolid Onyx Jaspis Saphir Karfunkel Smaragd und mit Gold deine kunstvoll hergestellten Tambourine und Flöten waren bei dir am Tag deiner Erschaffung wurden sie dir bereitet Gibt es nicht einen Sänger der heißt Karfunkel Simon und Karfunkel oder ist das Garfunkel Das ist Garfunkel so wie Garfield also er sieht nicht so aus und er hat ja mal einen großen Erfolg gehabt damals in den 60er und 70ern mit mit Simon mal wieder Peter ne Moment Paul Simon nicht Peter Simon Paul Simon und Art Garfunkel also Simon und Garfunkel so The Sound of Silence ist mir ja im Begriff könnte man sicherlich auch mal reinnehmen ist im Augenblick nicht Thema aus dem ganz einfachen Grunde ich habe mir ein relativ leichtes Thema ausgesucht um euch letzten Endes zu zeigen guckt mal hier so arbeitet der Typ der da gerade redet und deswegen dabei biblisch basiert arbeiten haben wir uns jetzt mal überlegt Moment mal wir hatten ja schon die Diamanten mal so etwas näher erläutert wenn ihr euch dran erinnert dann gibt es jetzt beispielsweise mal in diesem Text in diesem 28.13 Hesekiel oder Hesekiel wie es im Englischen heißt gibt es diese Flöten und wir stürzen uns heute auf die Flöten ein Musikinstrument was ja schon die Kleinsten unheimlich gerne zur Verzweiflung ihrer Eltern beherrschen oder halt auch lieber vielleicht auch nicht so gut und deswegen haben wir jetzt beispielsweise mal die Flöte genommen so und wenn ihr bei Wikipedia ganz normal Flöte eingibt dann kommt euch natürlich alles mögliche entgegen und wenn ihr dann jetzt mal überlegt Moment Satan ist ein Geistwesen Satan hat irgendetwas mit Verführung zu tun und mit Zauberei zu tun und mit Musik zu tun und da wir ja schon oft genug gesagt haben dass Musik etwas mit Frequenz zu tun hat und euch ja auch die lustigen oder unlustigen Pentagramme gezeigt haben habe ich jetzt einfach mal eingegeben guckt mal hier Mozart die Zauberflöte da haben wir dann gleichzeitig die Flöte und wir haben den Zauber da mit drin was hat es jetzt damit auf sich ich sehe jetzt gerade ich habe dem Jörg den englischen Link geschickt und mir ist jetzt gerade bewusst dass es doch deutsche Zuschauer gibt was aber nicht schlimm ist denn wir machen folgendes wir springen jetzt einfach und setzen unser Gehirn jetzt hier auf Vollgas wenn wir wissen dass es irgendetwas einer Zauberflöte doch schon uns seltsam vorkommt dann müssen wir hingehen und sagen okay eine Flöte ist benannt worden im Garten Eden das heißt es muss eines der ursprünglichsten Musikinstrumente überhaupt sein das heißt es ist ja aus relativ einfachen Sachen herzustellen ich brauche dafür vielleicht ein Bambusrohr oder je nach Dschungel oder je nach Holzart irgendetwas und dann kann ich da mit dem Finger drüber wandern und da kommen dann irgendwelche seltsamen also bei mir zumindest ziemlich schrägen Töne raus so und das ist halt einfach ein Musikinstrument was nicht kompliziert ist es ist eben kein Keyboard man muss dafür jetzt nicht Klavier spielen können man muss halt einfach da gewisse Töne oder gewisse Größen einschnitzen lange Rede kurzer Sinn Flöte ist ein sehr simples Musikinstrument also fast so simpel wie Triangel was das einzige Instrument ist was ich beherrsche aber dann auch wirklich bis zur Perfektion gut Spaß beiseite wenn wir wissen Zauberflöte sollte uns schon zu denken geben denn die Zauberflöte selber heißt ja letzten Endes da muss irgendetwas komisch vorkommen und bevor der Jörg jetzt da weiter runter scrollt würde ich euch nur bitten schaut euch mal an wenn ihr dann die Zauberflöte entdeckt habt welche Bilder im Internet aufploppen und da sehen wir direkt beim Bild der Zauberflöte im linken Bereich und die Zauberflöte ist von 1791 das heißt das Teil ist jetzt 228 Jahre oder so alt ja also schon ein paar Tage auf dem Puckel so und da sehe ich jetzt ein Symbol links wo eine seltsame Pyramide ja was hat die denn mit der Zauberflöte zu tun mitten im Bild hängt dann sehe ich in der Mitte einen Darth Vader von Krieg der Sterne dann sehe ich da irgendwie so eine Art Zauberstab links dann sehe ich da so Maschinenmännchen so aller R2D2 oder so aus unten herum fliegen ich kenne mich da jetzt mit Krieg der Sterne nicht so besonders gut aus und ich sehe eine relativ müde aussehende Dame im oberen Bereich der Pyramide mit links und rechts irgendetwas Schwarzen was da rauswächst kommt uns das nicht irgendwo bekannt vor das wäre jetzt so der erste Blick den ich da jetzt hätte wenn ich mir etwas angucke dann schaue ich mir die Symbolik an dann brauche ich erstmal den ganzen Text nicht zu lesen sondern ich gucke mir die Symbolik an und sage und stell fest uiuiuiuiuiui da hat aber doch will irgendetwas miteinander zu tun also Zauber fauler Zauber Pyramide als Symbol der Freimaurer zum Beispiel da fällt mir doch dann schon direkt einiges zu ein und dann eben diese Dame deren Hörner da so links und rechts rauswachsen Ihr habt dann schon eine Ahnung davon, in welche Richtung das geht, oder? Ja, wir müssen uns jetzt noch nicht mal angucken, was die jetzt alles genau machen, sondern alleine schon diese Geschichte, dass es da irgendetwas zu tun hat mit Symbolik, sollte uns dann doch schon zu denken geben. So, und wenn wir jetzt halt einfach überlegen, wer hat denn die Zauberflöte denn da mal geschrieben, dann kommen wir unweigerlich auf einen Namen aus, und zwar auf das sogenannte Wunderkind Wolfgang Amadeus Mozart. Derselbe Mozart, den unser Sänger, den wir schon mal benannt haben, namens Falco, da auch schon mal mit dem Werk Amadeus besungen hat. Und Amadeus war, glaube ich, so mit sein größter Hit gewesen. Der war sogar eine Nummer eins in den USA in den 80ern, wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe. Dieser Wolfgang Amadeus Mozart hat schon im relativ zarten Alter von ein paar Jahren angefangen zu komponieren. Und vor allen Dingen, er war also extrem berühmt und hat einen extrem großen Protégé, also Unterstützung gehabt. Ja, das heißt, er selber ist einer der absolut hervorragendsten und bekanntesten Interpreten überhaupt. Das heißt, wer meint, die Beatles wären jetzt groß und berühmt, Ja, der hätte jetzt vor 200 Jahren dasselbe ungefähr von Wolfgang Amadeus Mozart gesagt. Das heißt, dieser Mozart ist weltweit bekannt. Auch wenn ihr vielleicht zu jung seid oder euch nicht für Klassik interessiert, der ist weltweit bekannt. Der hat ganz viele Symphonien geschrieben, der hat Blasorchestermusik gemacht, der hat die kleine Nachtmusik komponiert, Der hat Opern komponiert und was weiß ich noch alles, glaube ich. Also, ihr müsst jetzt da nachgucken. Ist nicht schlimm. Wichtig ist zu wissen, oh, Mozart, Wolfgang Amadeus ist eine absolute Hausnummer. Der Mann ist nicht alt geworden. Das heißt, der ist 1756 geboren, 1791 gestorben, macht nach Adam Riese 35 Jahre. Okay? So, von Wolfgang Amadeus Mozart gibt es ein paar Eigenarten, die ich jetzt hier nicht im Rahmen dieser Geschichte benenne. Aber es ist eins klar, seine Zauberflöte ist nicht einfach zufällig entstanden. Denn Zauber und Flöte hat ja dann doch irgendwie etwas negativen Beigeschmack. Zauber ist immer im christlichen, biblischen Sinne, ist immer Sorcery, ist immer negativ. Das heißt, es ist irgendetwas, wo ich mich mit der Gegenseite Gottes verbünde. Und das würde ja dann in den Kontext passen, wenn wir in Hesekiel 28, 13 lesen, dass dem Satan, also dem Teufel, der hier auf der Erde umherwandert als Supertramp, ich sage es ja gerne nochmal, sein Unwesen treibt und dass das eins der Musikinstrumente ist, das explizit, also ausdrücklich in der Bibel erwähnt worden ist. So, und deswegen, wenn jetzt schon Wolfgang Amadeus Mozart die Flöte nimmt und da einen faulen Zauber mit treibt, dann kann man davon ausgehen, stopp, 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 und dann auch noch ein Freimaurer-Symbol, die Pyramide und diese Hörner wie Ziegenböckhorner, wie die Hörner von Waffo mit auf diesem Poster ist, dann solltet ihr schon ohne den Mozart zu kennen, wissen, Flöte plus Zauber plus Hörner plus Dreieck, Das heißt, ohne überhaupt einen Text, ein Wort gelesen zu haben, müsstet euch eigentlich anhand der Symbolik schon klar werden, da geht etwas im wahrsten Sinne des Wortes nicht mit rechten Dingen zu tun, denn zur rechten Gottes sitzt Jesus Christus. Also wenn etwas nicht mit rechten Dingen zugeht und nicht rechtens ist, dann ist es eine linke Sache, eine linke Bazille oder völlig linkisch. So, und deswegen, weil ich jetzt natürlich schon wusste, aufgrund meiner Historie, dass der Mozart ein sogenanntes Mitglied einer Geheimgesellschaft ist, was keine Verschwörungstheorie ist, sondern offiziell drinsteht, bin ich hingegangen und habe mal geguckt, okay, Wolfgang, Amadeus, Mozart, Freimaurer, denn ich wusste ja, der Mozart ist Freimaurer und man sieht es auch in jeder Biografie von ihm, dass er Freimaurer ist. Das heißt, ihr braucht keine Verschwörungsseiten, ihr braucht Wikipedia und Google. Also das, was eine Achtjährige bedienen kann, reicht eigentlich zur Recherche erstmal völlig aus. So, und dieser Wolfgang, Amadeus, Mozart ist eben jetzt, und das kann man nicht wegdiskutieren, auf der originalen freimaurer-wiki.de, ja, sowas gibt es wirklich, ist da benannt. Das heißt, da gehen die Freimaurer hin und geben also dann preis, dass der Wolfgang Amadeus Mozart eins ihrer berühmtesten Aushängeschilder ist, dass dieser Mensch halt, ja, wie soll man so sagen, eine der Berühmtheiten ist, der eben bei den Freimaurern damals da zugange gewesen ist. Das heißt, es ist keine Theorie, es ist absolute Praxis, es ist erwiesen, es ist bewiesen. Und wenn wir uns die Zauberflöte anschauen, beziehungsweise wenn wir uns die Zauberflöte als Stück anschauen, dann wird uns da ziemlich schummrig. Warum ist das so? Weil, wenn wir die Hypothese aufstellen, dass alles Mögliche an Zauber, ja, gleich Magie, gleich spirituell, gleich geistig, gleich gegen Gott gerichtet ist, dann ist es so, wir wissen doch schon von letzten Ausgaben, dass bei den Freimaurern, wenn ich jetzt mal an den Fall erinnere, wo wir die Sendung hatten mit den Pentagrammen, mit dem umgekehrten Pentagramm, mit dem Satanismus und Luziferianismus, was so ungefähr Folge 4, glaube ich, sein müsste, da hatten wir ja schon mal diesen komischen Fall von Leo Texel. Und da hat der Jörg ganz, ganz ausführlich darüber abreferiert, dass da letzten Endes die Freimaurer ganz, ganz oben dann auch Luzifer, also den auf die Erde gefallenen damaligen Anführer der Revolte gegen Gott, der früher mal Luzifer hieß und heutzutage Satan, einfach Satan Gegenspieler genannt wird, da verehren. Das heißt, alles, was mit Freimaurertum zu tun hat, dient dem Gegenteil von Gott, nämlich dem Antigott, sprich Satan. Das ist so, das kann man nicht wegdiskutieren, das steht in allen großen Abhandlungen über die Freimaurer, leider meistens in Englisch, das tut mir jetzt leid für diejenigen, die eben kein Deutsch können, aber das steht beispielsweise in The Secret Teaching of All Ages von Mandy P. Hall, eigentlich so das Lexikon sozusagen, was es da gibt über die Freimaurer Bewegung. Tut mir leid für diejenigen, die kein Englisch können, nicht die kein Deutsch können, glaube ich, wollte das so sagen. Ach so, habe ich das gesagt, ja okay, tut mir leid für diejenigen, die nur Deutsch können oder kein Englisch können, beides zusammen, ja, und diese Zauberflöte handelt also jetzt von, wie könnte es anders sein, von einer Zauberflöte, das heißt, wir haben da schon wieder einen materiellen Gegenstand, also da geht direkt alles gegen die zehn Gebote Gottes, die ja heutzutage von beiden Großkirchen in Deutschland total auseinandergerissen und verfälscht worden sind, denn die meisten beider katholischer und evangelischer Kirchen haben das zweite Gebot des Bilderverbots und das Anbeten von Götzen und das Anbeten von materiellen Dingen eben komplett gestrichen. Das ist aber nach wie vor im zweiten Buch Mose, Exodus 20 beschrieben, könnt ihr ja mal nachgucken, die zehn Gebote sollte man zumindest in der einigermaßen Reihenfolge ja kennen und auf dem zweiten Gebot haben wir ja nun mal oft genug hier rumgeritten. Worum es bei der Zauberflöte jetzt nun mal halt einfach geht, ist der Fakt, dass es da wie ein normales Märchen oder ein modernes Märchen aufgefächert ist, das heißt, es gibt da also gute Protagonisten, böse Protagonisten und aufgrund dessen gibt es da also da natürlich auch eine Rahmenhandlung, die aber letzten Endes nichts anderes ist als eine Hommage an die Freimaurer und das muss man halt einfach so sehen, das hat nichts mit dem kompositorischen Genie in Anführungsstrichen, ja, oder dem kompositorischen Einfluss unter dem Mozart stand, ich habe das jetzt extra so formuliert, damit man sich da jetzt mal so die Sprechblasen denken kann, zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass die Zauberflöte eine Reminiszenz an die Freimaurer ist und das geben die Freimaurer auf ihrer Seite freizügig zu, das heißt, ihr habt sogar bei der Zauberflöte quasi die offizielle Bestätigung von den Freimaurern, dass diese Zauberflöte eine Oper ist, die in Wien unruhaufgeführt worden ist, die freimaurerische Ideale und freimaurerische Handlung hat, und das könnt ihr auf jeder Wikipedia-Seite nachlesen, das ist keine Arbeit, das ist kein Sonderwissen, das ist ganz ganz simpel und die Zusammenfassung dieser Geschichte ist, dass da ein Prinz von der Königin der Nacht ausgesandt wird, jetzt nenne ich euch einfach nur die Symbole und ihr habt so direkt bitte schön eine Assoziation dazu, wenn ihr dann die letzten elf Folgen gesehen habt, Nacht ist immer dunkel, Geisterstunde negativ, schwarz, ja, so, um ihre Tochter Pamina zu retten, die vom Fürsten Sarastro entführt worden ist, so, wir wussten jetzt ganz genau beim ersten Satz dieser Handlung schon, der Fürst Sarastro ist der Bösewicht, hätten wir nicht gedacht, ne, wenn wir uns angucken, der Wortstamm SA, dann noch ein A, dann noch ein T, es fehlt uns nur noch ein N, dann hätten wir nämlich jetzt schon direkt wieder einen Santana oder einen Santa, ja, hier heißt er halt Sarastro, ja, und Sarastro ist jetzt auch noch mal ein bisschen lustig eigentlich, weil Sarastro, die Endung Astro könnte uns ja beispielsweise an die Astrologie dran erinnern, auch eine Kunst, die aus dem Chaldeischen beziehungsweise Babylonischen kommt und eigentlich von Anbeginn von den Babyloniern als Methode der Vorhersage und solcher ganzen Prognosen da benutzt worden ist, ja, also da könnte man ja dann auch schon gucken und Astro kommt vom griechischen Astron und heißt Stern, ja, Astrologie ist halt die Lehre von Sternen und mit der Logie oder mit der Logik ist ja auch halt einfach das Wissen von der Sternenkunst oder die Sternenkunst sozusagen. Dieses Astron-Stern müsste uns ja dann auch schon wieder zu denken geben aus dem ganz einfachen Grunde, weil wir ja festgestellt haben, dass Satans Engel, die mit in der Offenbarung 12 9 auf die Erde geworfen worden sind, ja, dass eben genau dieser Drache, der als Satan klassifiziert worden ist, ein Drittel der Sterne auf die Erde geworfen hat. Also, wenn ich dann Astro-Stern heißt, dann sollte ich da auch eine Assoziation haben und sollte sagen, Moment mal, könnte es denn sein, Komma, das und das ist dann so. Das heißt, die Sternenkunde selber ist dann auch wieder heidnisch und ist verboten im, jetzt muss ich selber überlegen, im zweiten oder dritten Buch Moses steht drin. Ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist Analogien, Analogie Ketten wählen und dann sofort bei irgendeinem Begriff, bei irgendeinem Symbol direkt mitdenken und dann direkt schauen, Moment mal, passt das da rein? Könnte es jetzt positiv sein oder negativ sein? So, und jetzt lese ich weiter und das heißt beim Vigitea zum Beispiel von den bis jetzt noch freundlichen drei Damen der Königin der Nacht erhält Tamino eine Zauberflöte, Papageno ein magisches Glockenspiel. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, dann gucken wir uns doch einfach mal diese Magie an und dann gucken wir uns doch mal an, was die in die Inxiglopidea Masonic, Freimaurer-Wiki auf der rechten Seite, die Jörg da eingeploppt hat, was die denn da jetzt zu der Zauberflöte sagt und dann fällt uns da garantiert was zu auf. Wenn du, lieber Jörg, mal eben rechts die rechte Seite deines, deines Video Einblendung da mal bis nach oben scrollen könntest, ich denke, da steht dann direkt so drauf, worum es da in der Zauberflöte geht, genau, so. Oder mein Finger ganz bis nach oben, das habe ich jetzt nicht, genau. Die Zauberflöte ist eine Oper in zwei Aufzügen, 1791 in Wien, wie ich sagte, ja, so, seine letzte Oper und es geht da drum, dass halt einfach die erste freimaurische Interpretation und so weiter, 1794 und so weiter, jetzt pass auf, pass auf, der Satz kommt jetzt, am wahrscheinlichsten, ich hoffe, ihr seht das jetzt, vielleicht kann der Jörg mit seiner Maus da mal hinklicken, in der Mitte des Textes ungefähr, etwas höher, zwei Zeilen höher, stopp, genau, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, stopp, genau, am wahrscheinlichsten ist die Identität des Lichtspenders Sarastro, wenn euch da nicht der Kaffeelöffel aus der Hand fällt, dann habt ihr ein paar Folgen verpasst, ja, denn der Lichtspender selber ist eigentlich eben nicht Sarastro oder wie auch immer er heißt, sondern Jesus Christus, der in Johannes Evangelium 8, 12 von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Sarastro ist vielleicht die deutsche Form von Soroaster im Englischen? Ja, das wollte ich gerade sagen, Persisch kann auch noch sein, also beides im Persischen kommt das, ja. Genau, aber alleine schon Astro sollte uns dann auch schon zu denken geben und nur den Lichtspender fand ich halt danach schon sehr, sehr interessant, weil es geht ja immer um die Erleuchtung, ja, um dieses allsehende Auge und um auch ganz tolle Sachen, die man da haben kann. Das ist halt immer diese Geschichte, haben wir ja letztens schon mal in der Sendung gemacht, Nummer 10, wegen Yoga und den fernöstlichen Religionen, wo es ja darum geht, sein angebliches drittes Auge zu entwickeln und ich weiß, dass ich da mit dem dritten Auge noch die Erklärung zu schuldig geblieben bin, das ist die Zirbeldrüse Pineoglant oder so heißt es und ich kam auf den Begriff letztens einfach nicht, da habe ich echt total Denksperre gehabt, ich kam einfach nicht drauf, aber es ist letzten Endes so, es gibt im Englischen da einen Begriff zu und im Deutschen auch und da soll also das angebliche dritte Auge sitzen, was irgendjemand dann wohl vergessen hat, denn wenn es also tatsächlich so wäre, dass das jeder hat und dann müsste man das nicht entwickeln, das ist dann da quasi so, wenn euch jemand erzählt, ihr habt ein drittes Auge und der wisst da noch gar nichts von, dann sagen die automatisch damit, du, derjenige, der die Schöpfung gemacht hat, der ist nicht fertig geworden, der ist nicht vollständig, der ist nicht allmächtig, ihr braucht nur ein drittes Auge, weil mit den zwei könnt ihr gar nichts tun, das ist dann auch wieder eine Art, eine Form von Gotteslästerung und das ist das Problem dabei, das ist echt ein totales Problem, dass wir dann halt einfach hingehen und sagen, pass mal auf hier, es wird immer ganz subtil, wird immer hingegangen und Gott gelästert und die Aufmerksamkeit dann auf irgendwelche Dinge gelenkt, die natürlich völlig Hanebüchen sind, aber das ist halt leider so und das ist halt einfach die Zirbeldrüse, die halt speziell bei diesen ganzen Alice-Baley-Kram und Theosophie und diese ganzen Verbindungen von Theologie und Philosophie und alles da entwickelt werden muss, ganz schlimm sind auch diese ganzen Geschichten mit Meditation und wo man diese Augen dann öffnet, ich kenne das selber von mir aus und das am Anfang ist das alles ganz lustig und witzig und das hat allerdings mit anderen Dingen zu tun und es ist also auch garantiert kein Auge, ihr werdet niemals da ein Auge rausspringen sehen, es hat andere Hintergründe, ist jetzt nicht Thema, Thema der Sache jetzt ist die freimaurerische Geschichte der Zauberflöte, warum? Aus den ganz einfachen Gründen die Zauberflöte selber ist für freimaurer geschrieben worden, das heißt, das ist die Reminiszenz vom Mitglied Wolfgang Alberti aus Mozart, als Dank dafür sozusagen, hat er das als Vermächtnis hinterlassen, kann man so sagen, so, das heißt, wir haben jetzt schon über die Flöte aus der Bibel, über den faulen Zauber, sind wir schon zu Herrn Mozart gekommen und haben jetzt schon erfahren, okay, guck mal hier, da ist wieder eine geheime Geschichte, der ist Mitglied der Heimgesellschaft, diese Geheimgesellschaft betet dann oder wird dann hier verherrlicht in dieser Oper mit dem Sarastro, der Vertreter edelsten Menschentums und seine Priester, das heißt, es handelt sich ja tatsächlich um eine Religion oder Religionsausübung, sind die Vorkämpfer von Weisheit, Schönheit und Stärke und so weiter gegenüber dem von der Königin der Nacht personifizierten Reich der Finsternis und des Aberglaubens. Merkt ihr was? Es wird also so getan, als wenn Sarastro sozusagen und seine Priester, als wenn das also alles, das was da gemacht wird, edel, hilfreich und gut wäre. Und kann dem so sein, wenn wir doch von vornherein schon wissen, dass der Fürst Sarastro diese, wie ist jetzt noch, Pamina oder so entführt hat, also eine Entführung ist ja sicherlich nicht jetzt eine besonders tolle, nachahmenswerte Handlung oder wie. Also wir merken schon, wir werden veräppelt und wir werden noch viel mehr veräppelt, indem man dann letzten Endes nachher wissen, wenn wir dann genau da sind, wo er mit seiner, wo der Jörg jetzt mit seiner Maus ist, dann haben wir nämlich plötzlich jetzt hier einen Hinweis, den ihr so kaum findet. Ich lese einfach mal vor. Hört mal bitte zu. Zahlreich sind die Beziehungen der Zauberflötenmusik zur Freimorcherei vom Hauptmotiv der Obertüre, das mit seinem Hämmern die Arbeit am Raumstein symbolisiert. Bis zu der immer wiederkehrenden freimorcherischen Dreizahl, die wie Striche von der ersten Zauberflöteninszenierung 1791 zeigen, von Schikaneda, weil diese auch in der Szene überall durchgeführt worden ist. Das heißt, diese Oper kann man nicht wegdiskutieren. Diese Oper ist geschrieben für Freimaurer mit einem speziellen Erkennungssignal, sozusagen, mit dem Hämmern am Stein, mit der freimorcherischen Dreizahl, mit den drei Takten sozusagen da. So, ich habe diese Zauberflöte jetzt nicht per se gehört, das ist euch jetzt nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, es ist so revealing, sage ich jetzt mal, was da passiert bei der Zauberflöte und was der Hintergrund ist und dass es freimorcherisch ist, dass euch das so sofort auffallen muss eigentlich. Und, stopp! Ne, das war jetzt, das war gemein. Wenn du nochmal zurückspringst, das Tolle ist, ihr habt da oben beispielsweise eine Seite, die euch ganz viel verrät, wenn ihr die Fremdsprache könnt. Ihr habt jetzt da dieses freimaurerwiki.de, was euch dann verrät, welche Leute beispielsweise da im Freimaurer-Zirkel gewesen sind. Und Zirkel ist ja auch ein bekanntes Symbol, Zirkel und Kompass ist der Symbol der Freimaurer. So, in diesem quasi geheimen Zirkel, da kann man nämlich nicht einfach hingehen und Mitglied werden und sagen, ich habe hier meinen Monatsbeitrag und lasse mich da mal durch, das geht nicht. Ja, da gibt es einige interessante Auffälligkeiten, wenn wir uns deren Symbolik angucken und deswegen stoppt der Jörg jetzt ganz bewusst da, da sehen wir nämlich da oben, ja, sehen wir nämlich da plötzlich ein Pentagramm. Oder, was soll man sagen, ganz viele davon. So, und selbst wenn ihr jetzt nur als Basis-Symbol das Pentagramm verstanden habt aus Lesung 4 und 5, ja, selbst dann fällt euch auf, Moment mal, wo ist jetzt der Unterschied zwischen den Freimaurern und wo ist jetzt der Unterschied von der Church of Satan? Von Anton Navey in den Vereinigten Staaten, der so, ihr wisst noch bestimmt, mit diesem dämonischen Vampirumhang da stand und uns Angst machen wollte. Ja, wo ist jetzt der Unterschied? Wieso benutzen die dann beide dasselbe Symbol? Ja, und wenn man jetzt weiter runterscrollt und da mal sieht, welche freimaurerischen Vereine es da gibt, ja, und Akademien und so weiter und so fort, dann stellen wir immer fest, da sind verschiedene Symbole dabei, also Dreiecke, ja, Zirkel und so weiter und so fort und auch Pentagramme und da haben wir, oh, was ist das denn da? Da haben wir ein Malteser-Kreuz, ja, El Oriente, große Loge von Spanien. Unten drunter haben wir schon wieder ein Freimaurer, sowohl ein blaues, das, da ist ja, wenn ihr euch das anguckt, ja, da habt ihr direkt Freimaurer-Zirkel und Kompass, aber ihr habt auch gleichzeitig eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Pentagramme da drauf und oben drüber auch noch, als wenn es nicht noch genug wäre, ja, die Eye of Providence oder das Auge des Horus, das Auge der Fatima sucht euch aus. Es hat alles den selben Ursprung, ja, und wenn ihr euch immer noch fragt, was dieses Auge zu bedeuten hat, ja, kennt ihr Herr der Ringe? Kennt ihr Sauron? Kennt ihr das allsehende Auge? Das ist die Reminiscenz, das ist letzten Endes das, was da besprochen wird. Es ist immer dasselbe, es gibt nichts Neues unter der Sonne, ja, was es nur gibt, sind verschiedene Verkleidungen, die man da hat, ja, aber das, was da dargestellt wird, also hier beispielsweise mit einem Kreuzsymbol und so und einer Krone oben drüber und der Farbe Rot und dies und jenes, ja, ihr könnt euch dann irgendwann, wenn ihr dann richtig fit seid, könnt ihr euch dann wirklich da einen richtig amüsanten Abend mitmachen und ihr wisst dann aufgrund der Symbolik, ohne eine Sprache zu erkennen, also wenn ihr jetzt eine Seite aufmacht aus Aserbaidschan und versteht kein Wort und seht die Symbole da drauf, ja, die Menschen, stopp bitte, links hast du auch wieder ein Pentagramm unten drunter, ja, die Menschen selber kommunizieren über diese Symbole und nehmen sich zu erkennen über diese Symbolik, ja, und da gibt es verschiedenste Kreuzformen, da gibt es Hexagramme, da gibt es Pentagramme, da gibt es Oktogons, da gibt es alles Mögliche und das ist halt einfach so, dass ich ja schon mal gesagt habe, dass es keine christlichen Symbole gibt, das heißt, habt ihr irgendeinen Verein, der mit einem Logo wirbt, sollte euch das schon zu denken geben, da habt ihr beispielsweise den Deutschen Freimaurer-Museum in Bayreuth, den Deutschen Freimaurer, da rechts, da habt ihr dann recht schon Pentagramm drin mit einer Kette drumherum, also da kommt er gar nicht mehr raus, wenn ihr einmal drin seid, da kommt er nicht mehr raus, ja, das ist also, Freimaurer ist kein Nachmittags-Kaffeeklatsch, ja. So, und deswegen habe ich euch mal so die Sachen gezeigt hier, weil die natürlich jetzt rudimentier mit dem Amadeus Mozart und der Zauberflöte zu tun haben, aber um euch zu zeigen, diese Geschichten ploppen euch nicht nur ins Auge, wenn ihr da in irgendeiner Art und Weise jetzt mal euch mit Satanismus oder solchen Dingen in der Musikindustrie beschäftigt, schaut mal, 1791, ja, da gab es schon die Zauberflöte und da gab es schon dieselbe Agenda wie heute. Es ist nichts Neues. Es ist wirklich nichts Neues. Ja, und deswegen, wir könnten uns die ganze Handlung von der Zauberflöte angucken, das wollen wir aber nicht. Wir wollen euch letzten Endes mal ein Video zeigen aus dieser Zauberflöte, nämlich da einen Auszug draus und dieser heißt Osiris, Osiris und das sind eben zwei ägyptische Gottheiten und die Zauberflöte heißt dann bei denen Flauta Magica, also Zauber, gleich Magie Magica und wenn euch bei diesem Video nicht eine bestimmte Geste auffällt und ihr dann aus dem Sitz aufspringt und sagt, das habe ich doch schon mal bei einer bekannten Persönlichkeit gesehen, naja, dann weiß ich aber auch nicht. Bitte, Film ab. und ich glaube, Der Geist, ein Geist im Neuen Fang, die Erde, der andere Schritte lenkt, Stärkt mit Geduld sie in Gefahr. Stärkt mit Geduld sie in Gefahr. Stärkt mit Geduld sie in Gefahr. Doch sollen sie zugraben. Ja, vielen Dank, lieber Jörg, für die Zuspielung. Und ich kann da jetzt nur zu sagen, meine Aussage bezog sich nicht auf diese Sonnensymbole, obwohl das natürlich auch eine sehr lustige Reminiszenz ist. Nicht nur eine ägyptische Mythologie, sondern halt alle heidnischen Religionen beten eigentlich die Schöpfung an und damit die Planeten, die Sterne, die Stars und solche ganzen Dinge. Ja, das ist jetzt völlig egal, welche ich jetzt nehme. Ich nenne jetzt auch keine, damit mir jetzt nicht hier nachgesagt wird, ich wäre jetzt hier irgendwie so voreingenommen oder so. Es geht darum überhaupt nicht. Deswegen nenne ich jetzt auch nicht die Persönlichkeit, die ich jetzt meinte. Da kann sich jeder etwas anders darunter vorstellen. Ich denke, die Message ist klar. Ich setze einfach nur den Punkt dahinter und sage, schaut hier, das ist aus einer Oper von 1791. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment mal, das habe ich gesehen bei einer relativ aktuellen Persönlichkeit, 220 Jahre später, was sagt euch das? Die Dinge haben sich nicht geändert. Im Westen nichts Neues, im Osten nichts Neues, im Norden nichts Neues und im Süden schon mal gar nicht. Also, es ist immer dieselbe Soße. Jetzt habe ich ein Schaubild bekommen von einer sehr, sehr aufmerksamen Mitarbeiterin oder, wie sagen wir es mal so, einer Zuschauerin, die mich mit Material versorgt hat. Und zwar der Sandra. Und die Sandra hat mir jetzt mal geschrieben, guckt mal hier, guckt euch das mal an. Ich habe jetzt hier mal so den Fraternitas-Satoni-Orden genommen. Und Fraternitas darf man jetzt nicht vergessen. Frater ist immer der Bruder. Ihr erinnert euch vielleicht an die sogenannte französische Revolution, ja. Liberté, Egalité, Fraternité, ja. Und Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und Freimaurer ist halt einfach ein Brüderlicher, ein Bruderbrunst sozusagen, ja. Und Fraternitas-Satoni ist dann der Brüderliche Brunst. Das Satoni steht dann halt für den Planeten Saturn, der letzten Endes für die Zahl 666 steht. Saturn ist der Todesplanet in der alten klassischen Astrologie. Das ist der mit dem Ring drumherum, ja. Das ist halt der, den ich letztens im ersten Amanda-Video Follow Me meinte, der Mittelfinger, dem der auch zugeordnet ist. Und Saturn ist eigentlich ein extremst negativ besetzter Planet. Saturn ist gekennzeichnet als Sensenmann. Saturn ist das Ende aller Dinge, weil es der damals der Planet gewesen ist, der da jetzt der angeblich am weitesten von der Erde oder aus dem Zentrum heraus sichtbar gewesen ist. Saturn ist extremst negativ und immer eine Entsprechung für Satan, ja. Und das ist auch sehr schade so, dass es so ist, weil es gibt nämlich den Saturn-Tag, das ist der Saturday. Und deswegen nennen bibeltreue Christen den eben nicht Saturday, also Tag des Satons, Saturntag, sondern wir nennen ihn einfach Sabbat. Okay, gut. Sie hat mir da so ein Schaubild geschickt. Daran seht ihr, guck mal, das ist jetzt alles ein bisschen verworren. Da gibt es eine goldene Morgenröte und dann gibt es den ganz berühmten Ordo Templi Orientes, wo halt Fehler führen durch Alistair Crowley, das damals alles so inszeniert und diese ganzen ganz bösen, schlimmen Bücher geschrieben worden sind. Ich wollte nur einfach dazu sagen, eigentlich ist es so, dass die wahre Struktur der Freimaurer wie in jeder Geheimgesellschaft eine Pyramidenstruktur ist. Ja, das heißt, der da oben weiß am meisten und die da unten, es ist kaum einer. Da oben sind ganz wenige, die wissen am meisten und da unten drunter sind ganz viele, die wissen nichts oder kaum was. So, deswegen vielen Dank, liebe Sandra, für die Bereitstellung dieses Schaubildes. Ich habe meine Zweifel daran aus dem ganz einfachen Grunde, weil ich da ein bisschen vorbelastet bin. Und deswegen glaube ich, dass man uns permanent im Kreis rumführt. Und ich finde das toll, was du dann alle schon an Arbeit geschickt hast und dir aufgefallen ist und du in einer Freizeit machst. Es ist so, dass bei uns Christen halt wir alle Brüder sind und unser Herr ist Jesus Christus. Das heißt, wir haben keine Pyramidenstruktur, wir haben keine hierarchische Struktur. Es gibt nur einen Meister, den wir haben und nicht eben diese ganzen Meistergrade, wie bei den Freimaurern, wie in den fernöstlichen Religionen, wie im Kfz-Bereich oder aber auch wie im Kampfsport. Ja, da gibt es auch den Meister, aber eben nicht im Christentum. Vergiss bitte auch nicht die Hierarchie in den päpstlichen Ritterorden. Ja, genau, da gibt es also auch die ganzen Geschichten. Und wie gesagt, alle Hierarchien jetzt beispielsweise in der katholischen Kirche, das ist für mich jetzt leider wieder Allgemeinwissen, da komme ich dann schon wieder teilweise gar nicht drauf, weil mir das schon so verinnerlicht ist. Da haben wir dieselbe Struktur, da haben wir dann, wenn wir anfangen wollen, so quasi die ehrenamtlichen Mitarbeiter, dann haben wir die Messdiener, dann haben wir die, ja, ich komme jetzt nicht drauf, wie sie heißen, dann haben wir die Pastoren, ja, danach kommen dann die Bischöfe, dann kommen die Weihbischöfe, dann kommen die Kardinäle und irgendwann kommt oben der Papst. Und ich habe bestimmt wieder irgendjemand vergessen. Die Dekane meintest du? Dekane, ja, siehst du, das ist alles Sachen, die man nicht braucht, ja. Alles Sachen, die man wirklich nicht braucht, denn keiner erzählt ja letzten Endes dann wirklich die absolute Wahrheit, denn man ist Mitglied einer Organisation. Und die Organisation ist dann diejenige, die die Wahrheit hat. Und man ist ein Teil, man ist ein Stück davon. Man ist also kein Individuum mehr, was eine eigene Meinung hat, sondern man vertritt die Meinung oder die Doktrin des Vereins. Ja, das seht ihr beispielsweise in der Politik ganz deutlich, da gibt es einen sogenannten Fraktionszwang. Wie kann denn das sein in einer angeblichen Demokratie, dass es da Fraktionszwang gibt? Also ich weiß jetzt nicht, wie weit ich jetzt da ausholen möchte, eigentlich gar nicht. Parteien sind ja auch nichts anderes als Vereine. Ja, aber wie gesagt, das ist letzten Endes dann alles wischiwaschi und da sollte man sich dann gar nicht großartig mit seiner Zeit verbringen. Denn das Problem ist, sagt euch niemand, ob diese Schaubilder und ob diese Sachen dann tatsächlich stimmen. Das heißt, man kann diese Sachen selber machen auf dem Computer, man kann das selber rausdrucken, man kann da selber solche Dinge machen und es gibt niemand, der euch die absolute Wahrheit erzählen kann in diesen Dingen. Ich kann euch auch sagen, warum. Der Grund dafür ist der, dass je höher du kommst in der Rangordnung, desto weniger Schriftliches bekommst du. Das heißt, es werden Dinge mündlich gemacht. Du kannst, du kriegst nichts Schriftliches ab einer gewissen Stufe. Da haben wir gestern in Herrscher des Bösen auch drüber gesprochen, wie du dich vielleicht erinnerst. Ende des 19. und Anfang des 20. Kapitels des Buches Herrscher des Bösen. Da hat John Adams an seine Frau Abigail einen Brief geschrieben über den späteren 4. Juli 1776 und hat in dem Brief an seine Frau, ein privater Brief an seine Frau geschrieben, wenn ich frei schreiben könnte oder reden könnte. Und es gibt viele Dinge, die damals mündlicher Überlieferung waren. Da hat Tapasorsi auch darauf hingewiesen, auch auf das Buch, das du erwähnt hattest, hier von Manly P. Hall, The Secret Teaching of All Ages, also die geheime Lehre von allen Zeiteiterln. Es gibt unglaublich viele mündliche Überlieferungen. Und das ist eben der Punkt, wenn man nicht initiiert ist in die höheren Grade, um nicht zu sagen in die höchsten Grade, dann bekommt man dieses Wissen nicht. Man kann es nicht lesen. Man bekommt es nur gesagt. Und es geht wirklich von Ohr zu Ohr. Und das seit Jahrtausenden. Weil, wo wir mal eben, wenn wir doch mit der Freimaurerei uns beschäftigen, doch hier nochmal eben sagen wollen, für die Leute, die das nicht wissen. Freimaurerei ist im Grunde entstanden, in der Basis entstanden, nach dem Turmbau zu Babel. Ja. Da hat Gott den Turm vernichtet und hat die Menschen in verschiedene Nationen eingeteilt, durch ihre Sprache zu verwirren. Ja. Wir wissen, dass der Gott der Verwirrung nicht der Schöpfergott ist, von dem wir hier sprechen, sondern dass das Satan ist. Aber dieser Gott hat gesagt, die Menschen sind eins geworden. Sie sprechen eine Sprache. Und sie wollen werden wie wir. Und das werden wir verhindern. Wir, unser dreieiner Gott. Da gibt es ein ganz interessantes Video zu, das der Abdul gestern übrigens veröffentlicht hat, über die Dreieinigkeit, wo er die Mormonen und die Zeugen Jehovas anspricht. Sehr, sehr gut. Sollte man sich unbedingt angeschaut haben. Wenn man das Video gesehen hat, dann versteht man wirklich, warum unser Gott einer ist, aber eben in drei sich offenbart. Wie auch immer. Da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Er hat damals also den Turm vernichtet. Er hat damals die Menschen verschiedene Sprachen gegeben und hat also dafür gesorgt, dass diejenigen sich, ich sag jetzt mal zusammenrotten, die ein und dieselbe Sprache sprechen. Weil ich habe ja keine Lust mehr, jemandem zu wohnen, der mich nicht versteht, oder? Also suche ich mir Leute, die meine eigene Sprache sprechen. Und so wurden die Nationen gegründet. Und wegen dieser Verwirrung haben damals die Freimaurer bereits, weil das waren ja diejenigen, die Türme und Mauern und Städte bauen, haben damals eine Symbolsprache gebraucht. Und diese Symbolsprache gibt es seitdem. Und das ist genau die Symbolsprache, die Bruder Michael vorhin meinte, als ich euch die Seite gezeigt hatte von der Freimaurerei, wo wir hier diese ganzen Symbole sehen. Das allsehende Auge, die Pentagramme, den Zirkel und das Dreieck und all diese ganzen, hier das Lot und, 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 und. All diese Dinge, all diese Symbole haben eine Bedeutung für diejenigen, die sie kennen. Und das sind nur die Eingeweihten. Und auf den allerhöchsten Graden sind diese Eingeweihten auch nur mündlich darüber informiert, was das bedeutet. Das heißt, wenn der eine, der das gesagt bekommen hat, dann verstirbt, dann stirbt auch das Wissen mit ihm. Außer er hat das vorher weitergegeben. Und es gibt immer Leute, die das weitergeben. Und zwar wirklich seit Jahrtausenden. Da muss man sich mal drüber bewusst sein. Das sind viele Dinge, die hier bis jetzt in dieser Lesung nicht so bekannt geworden sind und die ich nicht einfach bei jedem, der das anschaut, hier voraussetzen möchte. Deswegen, dass ich das mal eben sage. Freimaurerei, obwohl die moderne Freimaurerei erst Anfang des 18. Jahrhunderts gegründet wurde, nämlich zwischen 1711 und 1717, von den Jesuiten, die dann auch die 33 Grade des schottischen Grades, das ist es, glaube ich, Scottish-Weid geschrieben haben, die Jesuiten also die moderne Freimaurerei aufgerichtet haben und kontrollieren, wo dann eben auch solche Leute wie Mozart Mitglieder von waren. Das ist eine Organisation, die gibt es bereits seit Jahrtausenden. Dieses geheime Wissen wird seit Jahrtausenden mündlich überliefert. Und deswegen gab es immer eine bestimmte Kaste. Das ist auch ein Wort, was man in Indien viel gebraucht. Da sind die Leute ja in Kasten eingeteilt, in Klassen eingeteilt. Und deswegen gibt es halt immer gerade der Initiation. Und je höher man eingeweiht ist, desto mehr man weiß und desto eher man auch an diese mündlichen Überlieferungen kommt. Aber ich kann euch garantieren, bis zum 33. Freimaurergrad ist nichts mündlich überliefert. Und das ist der, wovon die meisten Leute denken, das ist der höchste Freimaurergrad. Da übergibt es noch wahnsinnig viele andere Grade. Und da kommen wir dann in das wirkliche, richtige esoterische Wissen rein. So Michael, ich wollte das hier gar nicht von dir wegnehmen. Aber ich dachte, dass das doch eben mal wichtig wäre, noch ein wenig zu erläutern. Bitte. Ja, vielen Dank. Es war halt einfach nur, ich wollte die ganze Zeit eher so mehr auf die Musikinstrumenten herumreiten. Und deswegen habe ich das jetzt nur mit den Freimaurern so ein bisschen gemacht. Und ich wollte der Sandra halt einfach auch sagen, du, super Arbeit, die du immer machst. Es ist dann teilweise nur so, dass wir halt einfach ganz viele Fehlinformationen bekommen zum einen und zum zweiten. Die Sache mit den Freimaurern ist mittlerweile schon so bekannt heutzutage eigentlich, dass es ja schon nichts mehr wäre, was ich jetzt hier explizit sagen müsste. Es hat aber jetzt in die Sendung hier mit der Zauberflöte sehr gut reingepasst. Und dafür möchte ich mich bei dir bedanken. So, wenn wir jetzt die nächste Flötenspieler uns angucken, da kommen wir mal zu einem ganz lustigen Thema. Und zwar ist mir dann eingefallen, da gibt es doch mal so eine interessante deutsche Sage, die da heißt Der Rattenfänger von Hameln. So, und dieser Rattenfänger von Hameln, der ist ja nun mal wirklich weltbekannt. Ich habe da mal recherchiert und habe da mal geguckt. Ich kannte sie ja auch, aber dass sie so beliebt war, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Also in Japan und USA zum Beispiel, die benutzen die. Und es gibt also über eine Milliarde Menschen, wenn wir jetzt der Wikipedia-Glauben schenken dürfen, ja, dass das kennt. Also eine Milliarde Menschen, das ist wahnsinnig viel. So, und die Sage geht folgendermaßen. Die Sage ist, dass da halt einfach im Jahre 1284 ein wunderlicher Mann nach Hameln kam. Und Hameln hatte damals eine ganze große Rattenplage. Und dieser Mensch hat sich dann als Rattenfänger ausgegeben und versprochen, gegen Geld die Stadt von allen Mäusen und Ratten zu befreien. Okay, so, so weit, so gut kennt doch jeder diese Sage vielleicht. So, dann hat er dann wohl das gemacht und hat seine Pfeife ausgeholt. Also seine Flöte, seine Pfeife. Ist halt ein Blasinstrument, ein langes Blasinstrument. Und hat eine Melodie gepfiffen, die wir nicht kennen. So, und da kamen wohl die Ratten und die Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich und so weiter und so fort. Und dann ist er hinausgegangen in die Weser. Und der ganze Haufen folgte ihm nach, stürzte ins Wasser und ertrank. Entschuldigung. So. Als dann die Plage vorbei war, haben sie ihn nicht bezahlt. Darf ich da mal kurz was zu sagen? Ja, immer. Das erinnert mich doch an die Geschichte von Jesus Christus, wo er die Dämonen aus den Menschen geholt hat, die in die Schweine gefahren sind und in den Fluss gegangen und alle ersoffen sind. Ja. Das ist so, ja. Das ist so. Und er hat dann letzten Endes jetzt kein Geld bekommen und ist dann weggegangen. Und dann kehrte er wohl einige Zeit später in Gestalt eines Jägers steht jetzt hier, also ich zitiere jetzt nur, ich kann jetzt nicht sagen. Das ist eine Sage. Ja. Also vom Hören sagen. Ja. Vom Erzählen. Ich kann jetzt nicht kolportieren, ob das stimmt. Es geht aber jetzt nur um die Analogie. Okay. So. Also im Gestalt eines Jägers. Also Jäger ist derjenige, der Tiere tötet. Jäger ist ein Mensch, der auf Tiere schießt oder Tiere dann halt einfach erlegt. So. Mit schrecklichem Angesicht, einem roten, wunderlichen Hut. Schau, schau. Wahrscheinlich war das ein Fan von Amanda Lier. Spaß beiseite. Und ließ, während alle Welt in der Kirche versammelt war, seine Flöte abermals in den Gassen ertönen. Alsbald kamen diesmal nicht Ratten und Mäuse, sondern Kinderknaben und Mäglein vom vierten Jahre an in großer Anzahl gelaufen. Diese führte er immer spielend zum Ostertore hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. Nur zwei Kinder kehrten zurück. Ostertore, nur mal eben. Oster, das ist das östliche Tor. Ja. Am Osten geht die Sonne auf, da ist die Erleuchtung, ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich will ja nur den Leuten auf die Sprünge helfen, Michael. Nein, ich will ja auch nur, dass du jetzt auch das mal mitmachst. Es ist ja sonst zu langweilig, wenn ich immer nur korruptiere und rede hier. Ach so. Ja, ich bin ein gelehriger Schüler. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es geht dann einfach darum, das ist ja alles Symbolsprache. Und deswegen macht es ja halt einfach so einen Spaß, wenn man dann halt selber dann feststellt, da steckt da sogar, in so einem Märchen steckt da sogar eine Botschaft drin, ne? So. Nur zwei Kinder kehrten zurück, weil sie sich verspätet hatte. Von ihnen war aber das eine blind, sodass es den Ort nicht zeigen konnte. Das andere stumm, sodass es nicht erzählen konnte. Okay. Naja. Ein Kneblein war umgekehrt, um sein Obergewand zu holen und so dem Unglück entgangen. Einige sagten, die Kinder seien in eine Höhle geführt worden und in sieben Bürgen wieder herausgekommen. Es waren ganz so 130 Kinder verschwunden, 130, 1, 3, 13 verschwunden. Man hat sie nie mehr gesehen, ja? Jeder, der sich jetzt mit solchen Sachen auskennt und bei der 13 weiß ja ganz genau, das ist die Zahl der Revolution, das ist die Zahl der Rebellion, das ist die Zahl 12 plus 1 ist 13. Und das ist nicht einfach nur so irgendeine numerische Zahl, die man dann so addiert, wenn man also wissen will, wie viele Hamburger man essen kann oder wie viel Geld man gerade in der Börse hat. 13 ist die Zahl der Gegenseite des Teufels sozusagen. Einer der Zahlen, die er für sich extremst beansprucht und deswegen die 13. Ja, er ist ja auch die Nummer 13. Er ist derjenige, der bei dem letzten Abendmahl, nach dem letzten Bissen, den Jesus Christus ihm gegeben hat, ja, in den Jünger Judas Ischkariot gefahren ist. Also, er war dabei. Eine meiner Interpretationen dazu. So, man hat sie nie mehr gesehen. Jetzt gibt's eine Abschrift der Hausinschrift von 1284 und so weiter und so fort. Also, es ist schon relativ früh niedergeschrieben worden, ja? Worauf ich jetzt nur hinaus will, ist, ich will euch jetzt nicht langweilen hier mit irgendwelchen alten Märchen und sagen, es geht nicht darum, es geht um den folgenden Punkt, ja, man hat hier also mittels eines Musikinstrumentes, das heißt mittels einer Musikfrequenz, ja, Musik ist letzten Endes eine Schwingung, eine Druckänderung in der Atmosphäre, also in dem Medium Luft, ja, da gibt's also zwei Arten letzten Endes und Ton, was da entsteht, ist halt, oder Lautstärke, was entsteht, ist eine Druckänderung und Ton ist eine Frequenzänderung, ja, also die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde ist die Tonhöhe und die Anzahl und die Höhe der Lautstärke ist halt der Druck, der da ausgeübt wird. Und wenn ich also Lautflöte spiele, das heißt, dann blase ich mit voller Wucht da rein, dann ist die Flöte halt lauter, nehme ich wenig puste sozusagen, ist die Flöte leiser und sofort und so weiter. Es geht darum, es gibt also ein Musikinstrument nach dieser deutschen Sage, das in der Lage ist, Menschen zu verzaubern. Es ist ja nichts anderes als eine Zauberflöte, was er hier hat, auch wenn es dann vielleicht keine wahre Flöte gewesen ist, sondern vielleicht eine Pfeife, ja, also auf dem Bild rechts mit der Rattenfängerdarstellung, dann sieht das für mich dann schon so aus wie eine Flöte und ob das eine Flöte gewesen ist oder eine Abart davon ist jetzt erstmal wurscht. Aber mittels der Musik und mittels eines Blasinstrumentes, können wir uns vielleicht darauf einigen als kleinsten gemeinsamen Nenner, wurden da also schon kleine Kinder verführt. Darf ich doch mal was sagen dazu? Ja, immer, immer. Der Text, der hier eingeblendet ist, anno 1284, am Tage Johannes e Pauli, war der 26. Juni, durch einen Pieper mit allerlei Farbe bekledet gewesen, 130 Kinder verleidet, also verledet, binnen Hameln geboren. Das Wichtige hierbei finde ich am Tage Johannes e Pauli, ja, also Johannes und Paulus. Das ist ein Verweis auf die römischen Gründerväter, Apostel Johannes und Paulus, wie die römisch-katholische Kirche es lehrt. Wir wissen, wenn wir uns mit Rom beschäftigen, dass Rom gegründet wurde durch Romus und Remulus. Und als Rom christlich wurde durch Konstantin, also nicht christlich wurde, sondern, na gut, schaut euch dafür mal eine Sendung an Babylon-Mysterien-Religion, die kommt. Katholisch wurde. Als Rom das Christentum heidnisiert hat, ja, hat man Johannes und Paulus genommen und hat Romus und Remulus durch Johannes und Paulus ersetzt. Und das ausgerechnet in 1284 am Tage des Johannes und Paulus, also des Gründungstages von den Gründungsfiguren, sage ich jetzt mal, von Rom, Romus und Remulus, die dann ja später umgetauft wurden in Johannes und Paulus, das passierte, gibt uns doch wieder einen Hinweis auf die römisch-katholische, auf die satanische Kirche. Das finde ich wichtig hierbei mal zu bedenken. Mhm. Bitte, Michael, und komm langsam zum Schluss, weil wir dick bei einer Stunde fast sind. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wie gesagt, das ist das, wie ihr seht, der Jörg ist mir auf diese Themen geeicht, ich habe ein paar andere Themen im Visier und so hat jeder so seins. Und wenn man halt zusammenarbeitet, dann kommt da meistens mehr bei rum, als wenn man das alleine macht. Und das ist auch der Grund, warum ich das so nur mit Jörg mache. Und ansonsten ist das halt nur ein Monolog und ihr solltet ja selber halt schauen, dass alles was zu bedeuten hat. So, mir geht es jetzt nur darum, ihr seht, also auch in der Sage wird also hier erwähnt und übertragen, dass eben durch Musikinstrumente eine Beeinflussung stattfindet oder ein Zauber ausgeübt wird. Also magisch, die magische Flöte. Und das ist ja hier auch eine Geschichte von dem Rattenfinger von Hameln, die ja da so genau da hinschwebt. Wenn wir mal schauen, wir haben da einen schwarzen Mann, aus dem etwas Rotes kommt, aus der Flöte kommt also eine Sünde. Ja, da kommt irgendetwas Gefährliches. Rot kennt ihr ja selber vom Stoppschild oder von solchen ganzen Sachen. Überall, wo rot ist, ist Gefahr. Die Kinder haben hier vornehmlich rote Haare oder halt schwarze Haare. Da gibt es irgendwie nichts besonders Positives. Das ganze Bild dominiert rot und schwarz, zumindest von den Protagonisten. So, jetzt kommen wir eigentlich zum Schluss und zwar zur letzten Geschichte. Die letzte Geschichte selber geht jetzt noch weiter zurück. Also wir sind ja schon von 1791 auf, Entschuldigung, 1284 gesprungen. Und jetzt gehen wir noch viel weiter zurück, nämlich zu den indischen oder halt fernöstlichen sogenannten Schlangenbeschwörern. Ja, die haben ein ähnliches Instrument wie eine Klarinette. Also Flöte heißt es eben, Flöte ist es eben nicht, aber ein Blasinstrument. Da geht es wieder drum, ja. Und dieses Blasinstrument benutzen sie augenscheinlich, um die Schlange zu hypnotisieren, was sie damit nicht tun. Sie erzeugen zwar eine Melodie für den anderen, ja, also für die Umstehenden, die beispielsweise jetzt da Geld für lassen, für das Schauspiel und so. Ja, aber eigentlich ist es so, dass die nach dem, was ich kenne, die Schlange eher fasziniert ist von dem bunten Korpus und solche ganzen Geschichten. Aber wichtig für mich von der Analogie ist, ihr seht, nicht nur, weil der Mann jetzt wieder einen roten Hut anhat, ist ja bestimmt alles nur ein großer Zufall, sondern ihr seht von der Analogie, ja, dass mit einem Blasinstrument beispielsweise nach außen hin suggeriert wird, man könnte damit eine Schlange beeinflussen oder aus irgendwoher hervorzaubern. Und wenn ihr jetzt euch diese Beispiele anseht und seht also jetzt immer unter der Voraussetzung der biblischen Lehre aus Hesekiel 28, 13, ja, dass da Flöten, ja, Satan sozusagen unterstehen und dass er Flöten benutzt, habt ihr jetzt drei Beispiele. Am Beispiel von Mozart, am Beispiel vom Rattenfänger von Hameln und am Beispiel jetzt der sogenannten Schlangenbeschwörer, ja, dass es da eine Verbindung gibt von Flöte zu Magie, von Flöte zu Vorderzauber, von Flöte zu Satan. Und deswegen habe ich mir das jetzt heute ausgesucht, um euch mal zu zeigen, wie lange denn schon mit Musik vorgegeben wird oder auch tatsächlich gemacht wird, Menschen zu beeinflussen. Und immer in der Bibel tatsächlich die Wahrheit steht, dass die Musikinstrumente Satan geweiht sind, denn mit der Musik, das erzeugt Schwingungen, das erzeugt Herzschlag, ja, das sind Frequenzen in der Luft. Und Satan ist als Fürst der Luft oder die Prince of the Air bezeichnet, also alles, was mit Luftübertragung und Luft zu tun hat. Da gilt auch die Telekommunikation zu, das ist auch Musik oder Sprache, das ist auch Übertragung durch die Luft, ja, das ist alles dann letzten Endes seins. Da kennt er sich am allerbesten mit aus, da ist der Meister der Manipulation. Und damit ihr dann demnächst auch so ähnliche, vielleicht für euch interessante Assoziationsketten bilden könnt, da wünsche ich euch viel Spaß bei. Und das beste Rüstmittel, was ihr da haben könnt, ist die Bibel. Und wen könnte ich da besser zu fragen, vor allen Dingen in Bezug auf ein Schlusswort, als den lieben Jörg? Es ist ganz wichtig, dass wenn man irgendwelche Untersuchungen anstellt, gleich welche, dass man das immer macht von dem einzigen Fundament, das man haben kann, das zählt. Das Fundament ist ein Fels und nicht zwar nur irgendein Fels, sondern der Fels, der Fels der Wahrheit, Jesus Christus. Alles in dieser Welt ist Lüge. Und das ist so, weil der Gott dieser Welt Satan ist, der Prinz der Lüfte, wie Michael gerade eben sagte, und er verpestet die ganze Welt. Er verpestet die Luft, er verpestet das Wasser, er verpestet die Erde, auf der wir gehen, er verpestet uns. Und sobald wir aus der Wunde unserer Mutter ausgetreten sind in dieses Leben, werden wir von diesem antichristlichen System vereinnahmt, werden wir absorbiert oder werden wir usurpiert. Und wir leben in einer Lüge bis zu dem Tag, an dem Gott uns endlich auf die Schulter klopft und uns da rausholt. Und wenn man dann in dieser Welt irgendwelche Untersuchungen anstellt, dann muss man alles gegen die Bibel messen. Genauso wie die Beröer es getan haben in Apostelgeschichte 17, die eben auch alles in dieser Welt gemessen haben an der Bibel. Das muss man machen. Wenn man es nicht an der Bibel misst, dann ist es nichts wert. Und dann ist die Erkenntnis, die ihr vielleicht bekommt, keine Erkenntnis, sondern gnostisches Wissen. Gnostizismus. Das Wissen aus dieser Welt hilft euch nicht, diese Welt selber zu verstehen. Man muss außerhalb dieses Systems stehen. Wenn dieses System jemals vernichtet wird, dann wird es nicht von innen heraus vernichtet, sondern es wird vernichtet von jemandem, der von außen kommt. Und das hat Daniel sehr gut in seiner Vision im zweiten Kapitel dargestellt, wo er seinen Traum an den König Nebukadnezar erklärt hat. Und gesagt hat, dass es da diese Statue gibt, die ihr ja wohl alle kennt. Goldener Kopf, silberne Schultern und Arme, bronzene oder Messing, Bauch und Hüfte und eiserne Beine und Füße, vermischt Eisen mit Ton. Und es kommt ein Stein nicht ausgehauen mit Menschenhand, also außerhalb des menschlichen Systems, trifft diese Statue in den Füßen, zermalmt die Statue, dass nur noch Staub überbleibt, der vom Winde in alle Himmelsrichtungen auf der Erde verweht wird. Und dieser Stein wird ein großer Fels, der die ganze Erde umspannt. Und dieser Stein ist Jesus Christus. Wenn ihr das Fundament habt, darauf steht und dann diese Untersuchungen macht, dann könnt ihr wirklich alles an der einen einzigen, unfehlbaren Wahrheit messen. Ansonsten verrennt ihr euch von einer Sackgasse in die nächste, von einer Fabel in die nächste, von einer Sage in die nächste, von einem Kaninchengang in den nächsten Kaninchengang und stellt am Ende nach vielen Kilometern fest, dass ihr in einer Sackgasse belandet seid. Um das zu verhindern, solltet ihr den schmalen Weg wählen, der nur ein ganz, ganz kleines Licht hat. Aber je weiter ihr diesen schmalen Gang hochgeht, diesen schmalen Pfad bewandelt, desto kräftiger und größer und scheinender wird das Licht. Das ist das Licht des Lebens. Das ist Jesus Christus. Ansonsten wandelt ihr in Finsternis. Und dafür müsst ihr alles an der Bibel messen und um das zu tun, müsst ihr die Bibel lesen. Ihr müsst sie kennen, ihr müsst sie lieben und ihr müsst sie lieben. Lest eure Bibel. Maranatha. Maranatha. Woe unto them that seek deep, to hide their counsel from the Lord. And their works are in the dark. And they say, who seeth us and who knoweth us. So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from him. God is grieving, he knows and he's seen. Isaiah 29, verse 15. Isaiah 29, verse 15. The eyes of the Lord are everywhere beholding the evil and good. Walk in the light, walk in the light, don't try to hide from the Lord. Woe unto them that seek deep, to hide their counsel from the Lord. And their works are in the dark, and they say, who seeth us and who knoweth us. Woe unto them that seek deep, to hide their counsel from the Lord.